SOMER SPORTS! 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 Ich möchte jetzt zum kurzen Bestand von uns entdecken, wer ist denn der junge Mann da auf der Seite von Premierie Ludwig, das ist ja der Frauenwagen. Ein langjähriges Wittkirch hat das gewonnen. Das Gewinnspiel sei das Zwölfte Team in Kindergarten. Mannschaftsfoto. Riesen Applaus bitte für mich. 46 Jahre Wittkirch des Eskers Ludwig. Ich sehe Julian Beinberger, der ist auf dieses Test und natürlich auch um sich fest, der ist Kornigkeit für die neue Wunschwede Saison. Ich schätze das Beweis mit seinem Team. Los geht's gegen Vorderung in Kirchheim. Auf die Schnelle. Ich möchte jetzt bei den Vorderung in Kirchheim einen Wechsel ergeben können. Wenn das uns im Moment zu wissen kann, dann wird das nachhalten. Ich freue mich. Viel Spaß jetzt bei den 2.45 Spiegelüten. Da ist es kaputt, hier Richtung Gas gegen den FC Porto. Und jetzt geht's. Da war der Tate in den Verteidiger. Ader defeated Microsoft衆ge hat. Hall association mit sogenannten AGO Executive. Und jetzt geht's mit Amerika. Chuckalım Service. Markeρά hat fast 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 fast! Ja und man mit einem Motiv Nexus, sie werdenCHERisé maintenance sein. Die coole Kehr� progress wird. Im experiment Pok sensitivity es auf die Anproduct hier리gekommen ist. Applaus 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 und der Schomburg ist der Sturm und der Tänk, es geht los von der KFK am 27.07 Uhr. 7.18 Uhr 15, Bundesligaauftakt in Hüttelndorf, Gängabin am 4.8 Uhr, 17.44 Uhr, jetzt muss Schomburg ist der Sturm und der Tänk. Ihr seid nicht glaubt, für das nächste KFK in Gartenfurt, Festspiel 18.30 Uhr, weil wir einen Kleiner auf den Chatchen zu verkaufen, auch das, wie wir jetzt sehen, zwischen der KFK erhalten 10% der KFK in Hüttelndorf. Sehr lecker, wir wollen hier jetzt 10% auf den Titel, das heißt der Main Street, da sehen wir uns dann wieder, mein Zielsfahrt bei in Nivenau, hier, 17 Uhr. Danke fürs Kommen, kommst du noch raus, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020